Hallo YouTuber! Willkommen zurück auf meinem Kanal. Nun habe ich doch schon einige Murkvideos gemacht, aber wenn an Pfingsten bei 20 Grad und Sonnenschein die Murk ruft, dann ist auch für mich das noch was ganz besonderes. Und so haben wir die Halbslice aufs Dach geladen und sind zur unteren Murk gefahren und dass wir da Spaß hatten, das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Viel Spaß beim Video! Musik Woohoo! Yeah! Woohoo! Willkommen, Willkommen, willkommen? Willkommen, Willkommen! Willkommen, Willkommen! Willkommen, 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 für mich zum Thema Oh 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 oh... Ja, und wie ihr seht, muss man bereit sein, wenn die Murk ruft, auch wenn das an Pfingsten ist. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mich aber noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir interessiert seid, so abonniert doch gern meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank.